Präsentiert von webpodcast.de, Ihr ProfiCast für Webdesign und Entwicklung. Welche Kenntnisse benötigen Sie für das Tutorium und was lernen Sie im Tutorium? Diese Fragen beantwortet der Trainer in diesem Film. Lassen Sie uns kurz besprechen, was Sie von diesem Training erwarten können, aber auch was Sie an Voraussetzungen haben sollten, damit Sie erfolgreich mit jQuery arbeiten können. Wir werden uns natürlich mit jQuery im Detail beschäftigen, aber nicht umsonst habe ich hier eine andere Seite aufgerufen. ECMAScript. Kennen Sie diesen Begriff überhaupt? Das ist der offizielle Standard für JavaScript. Denn jQuery, um es nochmal zu betonen, ist ein JavaScript-Framework. Von daher sollten Sie sich mit JavaScript auskennen oder parallel zu jQuery auch in JavaScript einarbeiten. Ich möchte es so beschreiben. Wenn Sie mit JavaScript ein bisschen umgehen können, können Sie auch ein bisschen Nutzen von jQuery haben. Wenn Sie gut mit JavaScript umgehen können, haben Sie sehr viel von jQuery. Und wenn Sie richtig gut mit JavaScript umgehen können, können Sie jQuery perfekt ausnutzen. Und damit haben wir eigentlich Ihre Voraussetzungen. Sie sollten HTML kennen, das ist selbstverständlich. Sie sollten sie mit Style Sheets ein wenig auskennen. Und Sie sollten eigentlich auch JavaScript kennen oder zumindest so weit den Ausführungen zu JavaScript folgen, wie wir es in diesem Tutorium parallel zu dem eigenen jQuery behandeln werden. Sie sehen hier, dass jQuery wirklich eine JavaScript-Bibliothek bezeichnet wird. Es gibt Frameworks, die behaupten von sich, dass man ohne Kenntnis von beispielsweise HTML und CSS bereits reichhaltige Webseiten erzeugen kann. An dieser Stelle muss ich eigentlich immer lachen, denn das ist lächerlich. Aus meiner Sicht zumindest. Sie werden in einem gewissen, engen Rahmen die Möglichkeiten nutzen können, aber wenn Sie wirklich in eine Thematik einsteigen wollen, müssen Sie sich mit dem Hintergrund beschäftigen. jQuery macht nicht diesen falschen Ansatz, diesen aus meiner Sicht falschen Ansatz, sondern sagt von sich aus, es ist eine JavaScript-Bibliothek. Sie sollten sich aber jetzt auch nicht abschrecken lassen. Denn jQuery erleichtert viele Dinge, die man in einem JavaScript sehr mühselig programmieren muss, durch vorgefertigte Konstruktion, es vereinfacht die ganze Geschichte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite erweitert es die Möglichkeiten. Also geniale Voraussetzungen eigentlich, sich damit zu beschäftigen, denke ich. Und nur noch kurz dazu, was Sie wirklich lernen werden in diesem Tutorium. Sie werden natürlich jQuery in seinem gesamten Umfeld kennenlernen, wie es grundsätzlich arbeitet. Wir werden uns mit sogenannten Selektoren, Filtern und Stilbeeinflussungen sehr ausführlich beschäftigen. In der Dokumentation sehen Sie dazu diesen Bereich. Selektoren, Attribute, jQuery-Core ist so dieser Grundlagenbereich, aber auch die Manipulation von Webseiten, die Beeinflussung von Style-Sheets, Ereignisbehandlung, Effekte, Ajax, Utilities. All das werden wir behandeln. Sie sehen, dass ich eine gewisse Orientierung an der Dokumentation vornehme, aber ich werde nicht Dokumentation einfach nur übersetzen. Und dann werden wir uns, wie gesagt, auch mit jQuery-UI auseinandersetzen. Also die grafischen Oberflächen, wie Sie eindrucksvolle Effekte in diese Oberflächen hineinbekommen. Und zwar sehr einfach zum Teil. Wirklich einfach. Wir werden uns Effekte-Animationen ansehen. Zum Teil in jQuery-UI. Zum Teil finden Sie es aber bereits in Reim-JQuery. Und wir werden uns die Plugin-Geschichte genauer ansehen. Auch das hatte ich schon erwähnt. Die einzelnen Themen sollen in mehreren Praxisprojekten auch vertieft werden. Diese Praxisprojekte werden dabei auch über mehrere Kapitel hinweg vorangetrieben und sich immer weiterentwickeln.